Am 20. Januar erspielten sich die Fußball-D-Junioren vom FSV Veritas Prese einen respektablen vierten Platz bei den norddeutschen Meisterschaften in Dessau. Das Team hier in Grün hatte sich mit dem Landesmeistertitel in Cottbus Ende Januar für das Turnier qualifiziert. Nach einem Sieg gegen Weißenfels und einem Unentschieden gegen Rot-Weiß Erfurt mussten sich die Nachwuchskicker im Laufe des Turniers den Mannschaften aus Leipzig, Berlin und Rostock geschlagen geben und belegten am Ende Platz vier. Die ersten drei Plätze belegten in Reihenfolge die Teams aus Leipzig, Berlin und Rostock.